Neue magische Wetterpferde und coole neue Outfits, das alles bekommt ihr im Mittwochs-Update vom 12.6. Was gibt es am Regenbogen-Event-Tag? Besagt in der Woche zwei für euch alles im Regenbogen-Event. Also im Update haben wir als allererstes einmal hier vorne die beiden neuen Pferde, nämlich einmal Bronte. Und daneben haben wir Serenus, den ich jetzt hier schon bei mir gekauft habe. Pferdekauf zu beiden Pferden bekommt ihr übrigens auch nachher noch auf dem Kanal. Dann habt ihr daneben auch nochmal die beiden Haustiere, die leider nicht besonders sehr leuchten, vor allem auch nicht im Dunkeln, was ich ein bisschen schade finde und was leider eben wiederrochen sind. Also da leider keine Wolken-Haustiere, aber hier bekommt ihr die beiden Pferde, die natürlich noch für die Dauer des Regenbogen-Events für euch verfügbar sind. Außerdem bekommt ihr zu diesen beiden Pferden auch noch die Möglichkeit, ein neues Set euch zu holen, denn es gibt ein neues Aufwand, was ich finde richtig cool finde, was ihr auch hier schon an meinem Charakter sehen könnt. Und es leuchtet nämlich mega cool auf dem Pferd und das bekommt ihr hier bei diesem Händler, nämlich beim Regenbogen-Klamottenhändler, habt ihr die Möglichkeit, euch dieses Set hier zu holen. Geht sogar vom Preis her und ich finde gerade, wenn man so den Beanie jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu nimmt, finde ich es mega nice. Ich finde es aber auch mit dem Beanie gar nicht so schlecht, aber diese Variante, die ich hier gewählt habe mit den zwei DJ-Kai-Outfit-Sachen, gefällt mir persönlich richtig gut. Das war es auch im Endeffekt schon für diese Woche. In der nächsten Woche haben wir nicht nur die Möglichkeit, mit unseren Freunden dann zusammen tägliche Aufgaben zu machen, so wurde es zumindest angeteasert. Und der Bazar kommt tatsächlich schon verfrüht zurück und wir werden wieder Pferderabatte haben. Also, wir haben gerade wieder mal Pferde-Omas in den Updates, dieses Mal die beiden Regenbogen-Pferde und nächste Woche dann haben wir dann den Bazar. Im Übrigen, da ich die Frage schon häufiger gehört habe, das Haustier, was ich hier drin habe, gibt es leider nicht mehr in Star-Simple. Das war Teil des Fortuna-Fests, eines der Feste, die leider schon das Spiel verlassen haben. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit euren neuen Pferden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.